Willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei das Gate 3. Wir sind noch immer in der Kanalisation, haben jetzt aber den Großteil eigentlich schon erkundet. Der ist dieses Mal auch wieder feindlich hier. Interessant. Wir lassen ihn mal. Der ist hier nochmal hier noch zum Aufdecken. Und dann gehen wir erstmal wieder zurück zur Oberfläche. Wir werden dann mit der Lora reden, mit der Mutter von Manra. Und dann werden wir zu den Dingens gehen. Zu einem Pfennigfuchser. Figaro hieß er ja. Und dann geht es eigentlich dann auch schon zum Mordtribunal. Oder wir machen den Magiaturm, je nachdem. Das sehen wir dann. Double ist genau das. Ich werde das Problem haben. Ja. Das ist jetzt, Verrlager. Die haben ja gar nicht alle ausgebuddelt immer, oder? Das sind ja mehrere. Weitersuchen, ihr Held, läuft doch toll, oder? Nicht? Fuck off. Ich glaube, das ist aber die echte Kiste. Ja. Die richtige Spur aus Kisten. Aus vergrabenden Kisten. Wie liebend. Ich bin kein Experte auf Wasser, aber das sieht leidisch. Ich bin kein Experte. Ich bin kein Experte. Ich bin kein Experte. Scheiße. 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 Sehr gut. Scheiße. Scheiße. Ja? Ja. Die haben wir easy erledigt. Easy peasy. Jetzt habe ich Shadowheart die Dinger gegeben. Fly back. Instant wieder geöffnet. Sehr gut. Ich bin bereit. 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 Die Verstärkung sei getroffen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Scheiße. Ich bin bereit. 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 Du warst der Schaas. Da haben wir ja auch neue an. Gar nicht gesehen. Ich brauche den Schaas. Let's make this quick. Time to push my luck again. Whatever comes, I'm ready. Oh, there better be a soft bedroll in my near future. Oh, there better be a soft bedroll in my near future. Oh, there better be a soft bedroll in my near future. Okay Das Bier ist wohl so weit fertig There can be no respite I wonder what the next move is Wo sind eure übrigen Verbündeten? The last move is my eyes and ears Vlakith's forces hunt you and the prism My allies have slayed more than you know So that you might travel freely As for those that break through You've proven more and capable of bleeding them yourself I mean I wait here until you have The chains that bind or fears also bind the whole of the Githyanki people Sure Okay Okay Still me Even after everything Ah A friendly face at last Are you going to the party as well? A feyre in der Kanalisation? A bit strange isn't it? But then you have to be open to trying new things The venue is called The Palace Not sure what it stands for but it sounds very exclusive My date is supposed to meet me here but there's no sign of him You haven't seen him, have you? Pale, skinny, extremely piercing eyes Looks a bit like your friend here Oh dear I assure you, it's not It's funny He was ever so keen for me to come He didn't seem the type to cancel You can tell us to come to come to be I could say he's coming to be My wife is a vampire A vampire? No He wasn't Was he? Das frag ich mich auch. Alles klar, da hat die Alte nochmal Glück gehabt. Verschwunden Misha, Belohnung für Hinweis zur Aufenthaltsort von geliebten Kind. Dankbar empfangen im Ruhrlager in Birnbrüge. Schon das vierte verschwundene Kind erbitten dringend jedwene Hinweis. Oh, die sind leer. Steht ja auch dran. Ich guck draußen rein. Man kann ja nicht wissen. Dann gehen wir jetzt als erstes zurück zu dem Basiliskentor. Warum kann ich hier nicht die Unterstadt-Wegpunkte auswählen? What the fuck? WTF Was ist das denn für eine dämliche Scheiße? Oh, wie alt raus? Was ist das? Das war's für heute. Oh, ist auch noch was gewesen. Bisschen was zu saufen, ne? Kann ich jetzt wieder hier an der Stelle reisen? Ne, immer noch nicht. Hä? WTF, Alter? Kurios. Du willst mir ernsthaft sagen, dass wir hier oben nicht den Schellreißepunkt entdeckt hatten? WTF? Der ist eigentlich so gut wie immer instant entdeckt. Was für der Verarsch ist denn das, Alter? Jetzt erst entdeckt, Alter, wir sind genau hier gestanden. Hier. Und das wurde am Anfang nicht entdeckt. Was zur Hölle, Alter? Sie machen das ein bisschen, nicht? Ich habe dir jetzt über acht Mal erzählt. Du bist... Wie viele Mal muss ich es sagen? Du hast Worte über eine Lied und gesagt, dass ich dich übersehen sollte. Natürlich, Madame. Lass mich... Entschuldigung, warum bist du hier? Was geht hier wohl sich? 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 Die flammende Faust untersuchen. Das war's. Das war's. Was? 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 in der flammenden Faust manipuliert. Ich könnte helfen, gegen Bezahlung. Ich helfe euch, eure Tochter zu finden. War noch jemand bei euch? Nein, es muss doch sicher irgendwelche Zeugen geben. Ich gehe jetzt zur rüten Dündichse. Oh, okay. Ich empfinde für die Hustlung, die Frau hat. Suche Zeitwästern und Troublemakers sind eine Plage auf der Flamengfist. Was für ein Dane. Man's gotta pass. Nichts dabei. Aber da rumstressen will ich auch nicht. Nichts dabei. Was für ein Dane. 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 Was für ein Dane. 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 Vadim藉 und angre 하�워. Dane. 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 Alter, was zur Hölle geht hier ab? Was seid ihr eigentlich hier für Vögel, oder? Ach, ihr seid ja so krass, ey, ja. Ähm... Schön euch auf den Beinen zu sehen. Wo ist Dareth? Ich hätte euch nicht geheilt, wenn ich gewusst hätte, dass ihr gewalttätig seid. Na gut, wir spielen ja eh einen bösen Blade Runner, aber... Also ganz ehrlich, der ist halt wirklich ein Stück Scheiße, ne? Der ist ein richtiges, mieses Stück Scheiße. Ein richtiger Wichser. Und jetzt ist er noch... Denne ich... Der Wichser-Lerwikin hat nie so toll... Wir gehen nach dem Wichser-Lerwikin. Der Wichser-Lerwikin wird auch nicht so toll. Wir gehen nach ihm, Lerwikin. Wir gehen nach ihm, Lerwikin. Wir gehen nach ihm, Lerwikin, diese Wichser-Lerwikin. Wir gehen nach ihm, Lerwikin, Sie zuerst. ich habe die idioten der den ganzen lärm verursacht vor mir hüte eure zunge ich habe das nachtglied gefunden es war kein relikt sondern eine asima verpisst euch probier es ja ziehleine die haben das fiege echt gepatcht sonst hat es immer so gefragt und sie mal angesprochen und wir hier mal rein dürfen das haben sie definitiv gepatcht ich habe mich nicht zu fragen Das ist London. Oh, das ist gut. Ich kann es mal nochmal hören, Alter. Nachtglied. Den Typen kann ich auch überhaupt nicht ausstehen, der ist auch so ein Wichser. Alter, das Charisma mit so 21. Was? 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 Oh, das ist gut aus. Imperomortus. I can tell you're a discerning customer. You're after nothing but the best. And luckily. Literature department. Can I help you? Handleon. Ich interessiere mich für besonders, besonders seltene Bücher. These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence. Ich interessiere mich für besonders seltene Bücher. Bold. You might have heard that our library has a collection of other shops would lack the skill to curate. Between us. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiat Codex, the Annals of Karsis and Netherese Folly, Sites of the Sealy, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? Das Thariadische Codex. Hm. Interesting choice. If I didn't know better, I think you might have the necromancy of Fae in your possession. I'd advise tremendous care with the Tharkiat Codex. The cost of unlocking its mysteries is onerous. Can I buy one of these books? Buy. Books as temperamental as these are not on sale. They are secured in our fault, where none can harm them, nor can they do any harm. I'm happy to describe the wonders that lie between their covers. But I'm afraid purchasing them is simply out of the question. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask. No. You have not got a sign in there either. You've heard about the red knight I trust? The devout strategist made Exarch of Tempest. This treaty is a compilation of her own design, kept here on the material plane for the benefit of us mortals. Quite rare. Visionen der Seelie. Its author was a spectacularly talented halfling. She was allegedly able to establish contact with members of the Seelie Court. Can you even imagine what wonders the Fae Pantheon might have revealed? Oh, incredible. Die Analen von Karsus, eine serilische Naritai. It is said to be written by Lord Karsus himself, the Netherese Arcanist, who attempted to replace the goddess Mystra, failed and was banished for the attempt. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. The Annals of Karsus would have no doubt have much to say about the Christ's true nature. If only you could read them. Danke, ich habe mehr als genug gelernt. You certainly have. Even simple knowledge of these tomes is enough to stimulate most. All right. We really should have planted that herb garden, you know. Oh, well. For that now, isn't it dear? You make a fine point. Welcome, dear patron, to the floor at the top of the stairs. If you have information about the Night Song, great riches await. If you are here to waste the great wizard Laroican's time, reconsider. Let your knowledge determine your path forward. The Night Song is a priceless ruby from a realm beyond our own. I think it's very funny. The Night Song is an immortal being. The child... ... ... ... Ah, 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 hold very still, Nicklor, uh, Crank's aim is much improved, but, uh, still need something up to chance. Yes, sir. All right, Crank. Ready? Aim. Oh. Hmm. We have a visitor. Uh, at ease. Pick the floor, you may go. Hmm. Ah, ha, ha, ha. I see no night song. Surely you wouldn't have entered my tower without the night song in hand. And surely you wouldn't have wasted my time. What do you want from here? Huh. Fascinating. Fascinating. You've been to Shahr's temple, haven't you? To the Shadowfell? Oh. And the night song? Speak true now. For I detest a liar. Huh? Hmm. Ich weiß, wo sie ist. Vielleicht wäre ich sogar bereit, es euch zu sagen. Nein. Nein. Ich könnte ihr sagen, sie soll herkommen, um ihr, um ihr die Genugtuung zu verschaffen, um euch in Schiffen zu reißen. Hm. We shall see, won't we? Do as I say, and you will be rewarded beyond imagination. Fail, and you give up the prize to the next motivated mercenary to encounter my contract. The choice is yours, but make no mistake. I always get what I want. Ich will dir doch nur beten, dass wir dann hier die Falle mit ihr zusammen machen und... Hm. Die KI nimmt es halt direkt immer böse, ne? Aber alles cool mit ihr. Never a dull moment. Schön zu Lager gehen. Hmm. Ich will dir doch nicht mehr, wenn wir gehen. So Laroa can covets Dame Eilin. He'll live to regret that once we inform her Very serious of you, but go ahead I thought you'd never ask Um... A mother's milk, your visage speaks of ill tidings. Speak ally mine, what troubles you? Is he indeed? Pray tell what does he seek from Dame Eilin? Let them come and let them find me. Dame Eilin will strike down any who seek to bring her to harm's home. Yet, it is better to cut off the head of the snake than to let its slithering snakeling swarm us unabated. This wizard... This wizard... Must be held to account. I will wring his neck until he's dead. Verdichten wir ihn gemeinsam. Oh, his end will be one more strand in the great braid of our friendship. Highway to this Laroa can right away. I am as eager to meet him as he is to ensnare me. So, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin haut rein. Euer Volgirma YouTube. Ciao.